Das ist, nee, da war ich auch raus schon, das war mir. Ah, nein, ich habe keine Fackeln mit, ich trottel. Und weil ich nur am Labern bin. Aber es ist trotzdem gut, wo wir sind. Ich habe aber auch keine Fackeln mit. Ich habe gar nicht dran gedacht, weißt du nicht. Das wäre geil gewesen. Ich habe aber auch kein Geld mitgenommen, das Kack, ich trottel. Da muss man doch oben in der ersten Etage was holen, ne? Ich habe es, wo sind die Exits? Courtyard, okay. Wenn er da ist. Ach hier, ich habe dein Evationsarmband. Hier, komm her, zieh es an. Geil, danke schön. Oh, noch nicht mal vorstelle. Ah, ist das geil. So, warte, ich will nochmal schnell gucken, die Exits. Courtyard, Taxi, Crashsite, Collapsed Crane. Ja, Collapsed Crane wäre das. Ja, Courtyard, ne? Bei unserem Glück. Links rennt was. Oh, da ist schwer. Oh, da ist schwer. Oh, oh, oh. Erst da drüben in das Büro. In das alte Fabrikgebäude. Och nee, komm. Rechts läuft auch was. Scheiße. Hier war ich aber noch nie drin. Gehts nur hin, sacke mal. Gehts nur hoch. Ich glaub das ist da wo der andere ist. Bin mir aber nicht sicher. Übelst großer Saar, Junge. Brauchst du noch hier Szeno oder sonst irgendwas? Nö. Aber ich glaub hier hast du auch irgendeine Quest. Nö, hier oben weiß ich nicht. Ja, die kommt aber auch noch. Junge, ich geh hier rein mit der Friseur nichts zu essen, nichts zu trinken. Hier oben steht jedenfalls eine Kamera, aber ich musste damals nie für diese Kamera fest hierher. Sonst läuft was im Gebäude, neben uns. Ja. 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 Jägen. das war oben lang was oben er ist ja oberhalb vom kino hallo du hast einen auf die mitte gekriegt habe gesehen ja volles palett ja ich hab den nicht gesehen oder das ist neblig diese scheiße warum machst du es nicht wie mutter natur und die schlange es gibt noch was zu trinken steht was zu trinken ok das röchelt es gibt auch den still braun also dass du hier rumkriegst aber den kannst du glaube ich noch nicht da ist noch nicht implementiert oder alter mann auch da auch das drüber klettern haben sie ja noch nicht reingebaut hier war ich auch noch nie drin das ist ja neu ach so das ist ja jetzt das kino du kannst ja jetzt hier rein ins kino ich sehe du bist schon wieder so zackig unterwegs das bin ich nicht ach so wo bist du stefan eine treppe unter dir wenn du noch ich habe ich umgelegt eiskalt Ich hoffe, dass er alleine war. Ich denke schon, sonst wäre es ein Mädchen. Kannst du auch trotzdem noch ein bisschen Backup geben. Ja, ja. Ich hab schon, ja. Deswegen hab ich erst mal die Tür zugemacht. Komm mal rein, damit ist es schwierig. Ein Haufen Elend am Boden. Aber ich lebe noch, Vansibus. Ich lebe noch, da geht noch nicht. So, jetzt hat er es wieder. Jetzt ist er wieder euer selbst. Junge, da hatte man aber richtig zerfetzt. Im Bruchteilen von Sekunden war ich nur ein Klumpen gehackt. Junge, können die Leute mich nicht erst mal verdauen lassen, bis mein Magen wieder leer ist? Mein ganzes Blut ist damit beschäftigt, den Verdauungsprozess anzukurbeln. Was schreit er da draußen, ihr Rohrspatz? Also, das kann auch auf ein Kino oben, das ist ein Sniper sein. So, bist du wieder fit? Ja, klar. Ich will den noch schreitzen. Meinen wohlverdienten Kill. Na ja, ich wollte nur schon mal vorgehen, dass da hier noch irgendwas rumlauhen. Jungen. Ich weiß nicht, dass es noch nicht da ist. APK, nice. Nice. Na ja, hat er auch bloß zum Glück. Wo ist der Film? Läuft kein Film hier, Saftladen. Hochbruder. Wegbomben. Wir wollen Maps sehen. Na ja, will ich mal. Lass mich mal fachmännisch. PS-Munition. Ich hab keine Ahnung. PP sogar. Was ist das? Das gleiche. Okay. PP kann man spielen. Jaja. Ah, Emilia kann lächeln. Oh, hier meine fehlende Wilsen und meine fehlende Marlbüro. Geil. Danke. Wie viel Marlbüro brauchst du denn noch? Nur eine. Ah. Weil hier liegt nämlich noch eine, deswegen. Okay. Oh, Madison Square Garden. Ach so, wenn ich das mache, ist es weg. HP? Da sammle ich mal HP-Munition. HP-Munition ist eigenes Müll. Dachte ich auch. So, den haben wir geschröpft. Was war da für ein Level? Habe ich den jetzt seine Marking gepackt? Ach da, 29. Na, den kann man schröpfen. Also, wenn man den nicht schröpfen kann. Nicht schlecht. Brauchst du noch einen Keks? Irgendwo zum Essen? Nöööööööö. Aufpassen! Draußen sind wahrscheinlich wieder Spieler übers Gelände gelaufen. Pack mal meine Waffe hier. Hinten dahin. Pass auf, die Tür geht auf, dann kommen wir raus. Ah, geht auch auf. Wollt ihr noch höher? Kommt man hier aufs Dach oder was? Nein. Dann kannst du hier oben hinlegen. Da geht bestimmt keiner hin. Geht das hier unten jetzt wieder irgendwo raus? Ah ja. Das Magazin ist eigentlich viel besser als meine, aber... Alter, wie viel grün Eis... Eis hier rumliegt. Hasn't weppel und ordentlicht청? Das Beispiel? Ja. Das ist schon mal hier, was ich mir ans? Okay! So, ich mach mal. So, da ist noch ein Ziel. rennt mir ins gewehr oder ist das die möglichkeit junge bist du das wahnsinn kannst du kannst du doch nicht vor die knallen rennen hast du ihn gesehen ja das steht hier vorne ja 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 meine schuld ist ja meine schuld ja einsicht wenigstens herrscht die einsicht ja klar naja gut da brauche ich dahinter ich sehe keinen qualm wir müssen da hin es hakt doch schon wieder hier wie nichts gutes wo streit er denn warum schreit er was hat er an ja aber wir können doch jetzt hier die straße eigentlich vorlaufen nicht wir wollen doch kollaps kran ja es hört sich so an als wenn der auf den spieler schießt grüß dich grüß dich an du grüße herzlich willkommen für zwei schon ein neues cms fällig ja meine herren aber jetzt habe ich ja wenigstens welche jetzt habe ich ja wenigstens welche das ist gut also bei mir leckt das schon wieder wie die hölle hier da kommt noch nicht mal ein portstein hoch da hinten geht es lang kann man hinten lang laufen die richtung frei auf die hier passiert also wie im zeichentrickfilm in einem schlechten bewegst du dich das ist ja der wahnsinn das ist hier passiert bitte ich weiß es nicht naja ich weiß es nicht ein bisschen haben sie schon umgestocher auch noch mal schöne kopfhörer kannst du mitnehmen das bleibt die kopfhörer sind nicht ganz ähnlich jetzt die kommende rein jedes mal nebst sie 블� 블� forced Aumkino Ja Kommt feinsten Klaus, grüße Warte, ich bin erst mal in meiner Prozessin Schön essen Ja, lass es dir schmecken, Klaus Wir sind da Kann dir nicht sagen, wann ich komme Okay, Klaus Macht keinen Stress Genießt das Essen Was ist los? Was ist los? Ich bin tot Warte, ich muss nicht sehen Was war das? Durch was? Durch nichts, durch eine Mine Seit wann liegen da drüben Mienen? Mienen? Ja, da drüben am Zaun Hinter dem Auto, wo du gerade hingeguckt hast Achso Seit wann liegen da Mienen? Keine Ahnung Ich habe es nur raus gehört Alter Alter Der hat die Mine geschmeckt auch Rotzt Okay, das ist mir neu Aber okay Der wird immer dicker Mine, Amtu weiß es Erkennt sich aus Das ist schön Klaus wird nicht dick Klaus ist nur stattlich Seit dem Patch Okay Ja, wusste ich auch nicht Na, jetzt wissen wir es Gut, dass ich nicht Das Mehrgeld zahlen musste Ach ja Ach, geil Ich falle vom Fleisch Ich kann es ja endlich wieder Mein, mein, mein Mein Grashut aufsetzen Ja gut, dann müssen wir ihn halt neu ausrüsten Ich bin rausgekommen Ik bin rausgekommen